Musik ist so wichtig für das tägliche Leben wie Luft und Licht. Denn Musik ist Licht für unsere Seelen. Lassen Sie sich von den Themenwochenenden im September überraschen und von international tätigen Musikern, schönem Ambiente und ungewöhnlichen Veranstaltungsorten faszinieren. Musik Besuchen Sie das Südthüringische Musikfestival. Ein neues und frisches Festival, das dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet. Wir freuen uns auf Sie! Musik 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 Musik